Umweltverbund bezeichnet alle umweltfreundlichen Verkehrsarten. Also das Zu-Fuß-Gehen, das Fahrradfahren und die Nutzung des ÖPNV. Öffentlicher Personennahverkehr. Für uns Grüne steht der Nahverkehr im Mittelpunkt. Wir wollen, dass alle Menschen von jedem Ort zu Fuß eine Haltestelle erreichen können. Und das jede Stunde. Da fährt nicht jede Stunde ein Bus, aber man hat jede Stunde die Möglichkeit, ein Nahverkehrsangebot zu buchen und in Anspruch zu nehmen. Das schaffen wir, indem virtuell ein Netz über den Landkreis gelegt wird und man sich per App ein- und ausbuchen kann, wo man ein- oder aussteigen will. Und wir brauchen Mobilitätsstationen, wo es unkompliziert möglich ist, von einem Verkehrsträger auf den anderen umzusteigen. Dort müssen Dienstleistungen möglich sein. Vom Laden des Elektrobikes und des Elektroautos über die Erledigung von Bankgeschäften oder die Abgabe eines Paketes bis hin vielleicht zur Abgabe eines Bibliotheksbuches. Damit noch mehr Menschen ohne eigenes Auto mobil sein können und vielleicht sogar das Zweit- oder Drittauto wenigstens abschaffen. Mehr Mobilität mit weniger Verkehr für die Menschen und die Umwelt.